so alter das soll doch zu schaffen sein es gibt es auch nicht gleich mal die richtigen waffen wieder auswählen so jetzt gibt es aufs maul keine zeit zu verlieren ja ok jetzt reicht es ja ok jetzt reicht es ja au au auch nö ne ja ok neue taktik keine zeit zu verlieren ja 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 Lissi! Lissi! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lissi! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Traurig, traurig. Na? Lol, warum wollen wir jetzt nicht weiterlaufen? Ach man. Ich frage mich. Nein. Haha. Haha. Zieh an der Kette. Ähm. Ja. Orientierungslos, orientierungslos und... Da sind wir. Hm. Sind wir denn bald bei der Raupe hier? Na, klasse. Komm, wir wählen ein neues Spielfeld. Hierher. Ja, Kamikaze. Hey, folgendes. Fang. Hehe. Den hat's ein bisschen zerrissen. Stammf. Und hoch. Und Stammf. Oh ne, ich will wieder da rüber. Hiiii. Wer braucht schon Brücken? Okay. Wir können mal gucken. Ah, ah. Das geht ja bloß bis Stufe 4. Da steht aber auch nicht, was man tunen kann. Äh, was das bringt. Ob die jetzt nur stärker werden, oder... Naja. 800 brauche ich für die Fopal-Klinge. Jo. Erinnerung. Mich interessiert jetzt einfach mal, ob ich eigentlich was vergessen habe. Kapitel 1 komplett. Kapitel 2 komplett. Kapitel 3 bin ich ja. Kapitel 1... Ah, da fehlt mir eins. Kapitel 1 fehlt mir eins. Ich glaube es nicht. Kapitel 2 fehlt mir auch eins. Okay. Kapitel 2. Ah. Ah, ja. Schon arg so, ne. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir doch so viel fehlt. Weil ich gucke immer überall, aber... Schauen ist nicht genug, ne. Gucken ist nicht genug. Äh, äh, zurück. So. So nervig. Das passiert, wenn man zu scharfe Chili isst. So ein tolles Karussell. Äh, ja genau. Wie geht denn das Ding eigentlich auf? Muss ich dazu hier hoch? Und dann diesen hier machen. Und diesen hier. Und dann... Falsche Waffe. Na? Jetzt da. Ho, ro, 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 ro. Na? Machste? Okay. Das wird eine tolle Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ähm... Bug? Fragezeichen? Ich bring mich mal schnell um. Ah! Äh, okay. Alles klar. Oh! Das wär jetzt echt mies gewesen, hä. Oh! Aber... Halapa! Oh! Den hab ich gar nicht gesehen. Good time, good time. Aha! Ah! Zapp! Geil! Darf ich jetzt nochmal machen, oder was? Geil! Nochmal Paper Mario! Woo! Äh, sorry. Paper Alice. Mega! Ja! 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 Oh, up! Ähm, ah ja. Halt der, uh! Hm. Geh kaputt! Hahaha! Geil. Huiiii! Oh! Darauf hab ich jetzt nicht geachtet. Hab eher gedacht, das Ding kommt wieder runter. Och, man! Mann! Was ist denn da los? Warum hört das einfach auf? Hallo? Oh! 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 Das ist so gemein.